Wow, 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 wow. 31 bin ich jetzt geworden. Ich mache das jetzt hier schon ein paar Jährchen auf YouTube und ich wollte einfach mal auch Danke sagen, dass ich das schon so lange machen kann. Und wahrscheinlich jeder, der mich ein bisschen verfolgt, merkt gerade, dass mein Kanal ein bisschen down ist, jedenfalls der Main-Kanal. Und ich dachte, ich erzähle einfach noch ein bisschen, was ich so vorhabe, weil das wird nicht nur Gaming sein. Ich will mich nämlich auch ein bisschen verwirklichen. Ich habe da bestimmte Formate im Kopf, die kann ich so nicht machen. Dafür muss ich jetzt erstmal umziehen. Das ist jetzt auch bald richtig im Gange. Ich habe einen Mietvertrag schon unterschrieben, also wird das die nächsten Monate passieren. Und für diese Formate muss ich mich dann auch zeigen, damit das richtig rüberkommt. Aber da will ich noch nichts verraten. Das wird auch auf meinen Zweitkanal und auf meinen Main-Kanal kommen, je nachdem, was für Formate. Ich habe da mehrere Sachen geplant. Und keine Sorge, Gaming wird trotzdem großer Bestandteil sein. Immer, selbst wenn ich mich zeige. Ich will halt nur mehr machen können. Ich will auch vielleicht mal, wenn ich in Urlaub gehe, vloggen. Also ich habe noch viel geplant, was ich einfach machen möchte im Leben, um mich auch zu verwirklichen. Auch vielleicht irgendwann mal zu streamen. Und zwar nicht nur einmal alle vier Monate. Ich hoffe, ich schaffe das. Und ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin einfach hier seid. Und vielleicht euch einfach das mal anschaut. Und dann einmal ein Riesendanke auch an jeden Einzelnen von euch. Und dann noch ein Riesendanke auch an jeden Einzelnen von euch.